Noch gebe ich nie auf. Noch gebe ich nie auf. Alter, ich hab gar keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Nö, Leute! Nö! Nö! Meine Fresse! Mann! Selbst mit dem Kleinstellen hat mir überhaupt keine Chance. Was ist das? Das geht! Kann doch nicht wahr sein. Alter, das regt mich so auf hier! Meine Fresse, ey! Blöder Kack, ey! Ich kann auch nicht wahr sein. Ich will das ja nicht einsetzen, aber Alter, das ist... Das wird mir echt langsam zu blöd. Ich denke, der ist mir noch ein bisschen zu schwach. Denke ich mal. Ne, ist es nicht. Wenn die gleiche Scheiß wieder einsetzt, Alter, dann drehe ich... Dann drehe ich am Zeiger. Nicht eh... Das wäre effektiv! Ja! Yo! Geil! Geil, ey! Wie super! Finale! Nee! Alter! Nee! Nee! Vergiss es! Das ist die dämlichste Attacke, die man einem Pokémon beibringen kann. Voltenso! Nein! Ich wünsche mir Glück, dass er dort wird. Oh! Aua! Wieso 6? Nein! Ja! Ah! Acht! Acht ist gut! Ja! Leck meinen Sch... Ähm! Meinen Schwan! Meinen Schwan! Meinen Schwan! Meinen Schwan! wollte ich sagen. Ne, also nicht, dass ihr was anderes denkt. Ich hab zwar keine Schwäne, aber ist egal. Nimm mir 22. Super. Schön, ich hab verloren. Du hast es geschafft. Ja, mein Stromkreis unterbrechen. Oh, Alter. Das ist ja unfassbar. Ganz ehrlich. So, jetzt kann ich es mal wieder hin. Boah. Ganz ehrlich. Das ist ja Wahnsinn. Zertrümmerer. Ein bisschen schneller. 34. Das ist Dings. Äh, Schoppen. Hä, was für Fritzelblitz. Alter, ey. Alter, er will sofort speichern. Boah, ey. Ganz ehrlich, ey. Dass ich da so dran hänge, ist unfassbar. So, muss ich jetzt lang. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Voll oben. Schatten. Ich weiß es nicht. Wo ich jetzt hin muss. Da muss ich jetzt nicht rein. Das ist ja nur der Turm. Da kann ich eh nichts machen. Da kann ich noch nichts machen. Da komme ich noch nie hoch, weil ich Zertrümmerer noch nicht habe. Da kann Fritzelblitz Dings die einem Dings schon wieder beibringen. Mh. Zertrümmerer. Was? Ich habe Zertrümmerer, weil ich hier ruhig lang muss. Ah, ah, ah. Okay. Jipp. Bro. Ja, nur vier Attacken mehr. So ein Attacker. Also jetzt hier. Ja. Ähm, Sandwirbel wäre super. Brauche ich eh nicht. Zertrümmerer. Stahlhügel. Oh, Schottwille. Jipp. Fritz. Oder wenn ja die Christos. Hm. Dann natürlich brauche ich Tackle, komm weg. Jupp. So. Und wie ist der Pferd oben lang? Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga einiges schwerer zu besiegen sind als die Arena-Leiter. Wow, was für eine geile Aussage er ist. So, ich muss dann auch meine Pokémon ein bisschen trainieren. Ich weiß auch gar nicht, was ich für Pokémon habe. Mein Bro und mein Ziggy müssen trainiert werden. Ich werde mal ein Boot trainieren. Wow, das ist RTL. Oh, wir haben hier viele stark aussehende Trainer gesehen. Ok. Kamera ab. Interviewen wir jemanden. Eine Herausforderung von RTL, Pia und Udo. Magnetilo und Flomel werden von RTL, Pia und Udo in den Kampf geschickt. Ich will zwar nicht mit RTL kämpfen, wenn sich nichts verhindern lässt. Mein Wasser ist blöd. Das Büro kann... ...zit Gründerer einsetzen. Ist das da? Ja, ist das auch gut. Das muss ich wechseln. Sag ich wenigstens was gegen Elektro. Ist schon mal gut. Yay. Tickel. Bringt ja wahr nicht viel. Bringt ja weiles nicht viel. Ähm. Intensität. Nein! Das nimmt ja alle. Scheibenkleister. Jetzt ohne ich meinen Magnarion schon wieder. Alter, das... Ich lerne es auch nicht. Das ist nicht so doll. Nein! Boah, Alter. Schon wieder fast mein Blow wieder geohnt, ey. Es wird langsam zu Tradition. Ich weiß auch nicht. Darf ich nicht machen? Aber ich denk da auch nicht immer dran. Das ist so blöd. Vor allem ist alles auf Video, Alter. Also von RTL jetzt gesehen. Alter, das ist ja richtig peinlich. Erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. Wer bist du? Das fragen wir jetzt erst. Okay. Wir reisen durch das Land und führen mit Trainern Interviews. Würdest du auch etwas von deiner Zeit zur Verfügung stellen? Was sie sein muss? Wie würdest du denn dein Gefühl, das sind dich zu unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte. Äh. Peinlich. Peinlich. Gibt es hier peinlich irgendwo? Gefühle. Peinlich. Entmutig. Enttäuschend. Enttäuscht. Essen. Fertig. Das hat Essen mit Gefühlen zu tun. Na gut, wegen Hunger und so. Aber hey. Frustriert. Furcht. Gefahr. Geht. Genießt. Gute Laune. Ja. Hab ich auch. Ja. Mäßig. Haben. Hören. Lachen. Langeweilig. Langeweilig. Nett. Hm. Hm. Romantisch. Nee. Sagenhaft. Nee. Schrecklich. Perfekte Schlagwort. Ja. Ich schlag dich auch gleich. Und zwar in die Fresse. So. Ich bin überzeugt, dass diese einzigartige RTL-Sendung, dass dies eine großartige RTL-Sendung würde. Vielleicht verstrahlen sie, verstrahlen sie dies im Fernsehen aus. Also ab. Auf das Programm. Ich weiß nicht auch, dass er nicht RTL gucken würde. Ah. Mann. Jetzt muss ich ins Rücken und Center. Wirst du sagen, wird die Felsen auch schon nicht angestellt, aber. Ah. Ah. Diese Laufwege. Ich hasse Laufwege. Das ist weghaft. So. 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 ę Ich meine, das ist doch auch ein Stein. Wieso kann ich da Z-Kun-Ara? Ich meine... Oh. Wie wenig bringt denn das bitte? Der ist auch auf Level 20. Wieso habe ich den nicht gefangen? Komm. Ich krieg das schon hin. Beteiligung sinkt. Ich habe leider keinen Elektro-Bergumann, liebes Kleinstein. Habe ich zwar auch, aber... ...nicht. Oh. Kann knapp werden. Oh, das hatte ich doch eben im Pokémon Center. Muss ich da jetzt nochmal hin? Alter. Schade, dass ich ohne Facecam auch nehme, aber... ...diese Fresse, die ich gerade ziehe, habe ich schon wieder ins Pokémon Center müssen. Alter. Da oben gibt es ja auch keinen Pokémon Center. Das ist ja... ...dann gibt es nur Trainer, Massenhaufen. Ja, wenn es heißt, Massenhaufen, aber ein paar Trainer sind ja schon mal. Glaube ich zumindest. Wer stellt dauernd die Steine wieder hin? Das ist ja auch nicht umsonst. Das ist blöd. Geh weg da, ich muss das untersuchen. Hm, ja nicht. Die Steine, die stehen ja manchmal nicht umsonst. Ich weiß nicht. Ach so. Ach so, noch einer. Oh. Naja, warum nicht? Wir sind trainieren, ist immer gut. Ein Ficknicker, eine Ficknickerin. Oh, da war ich Mühe. Na gut, ist ja schon wieder 23 Uhr. Das soll vor. Was man denn mühle ist. Das ist eine Brate, muss auch schon wieder aufgeladen sein. Ich muss ihn mal freigeben. Ein... Ein Biss zum Mitnehmen, bitte. So. Na, Level 18? Ja, äh... Wir kommen ja um 18. 21, meine ich. Ach ja, weil oben 17 stand. Ah. Oh, Mann. Als nächstes wird Fußball von Picknickerin Irene eingelöst. Was macht man gegen einen Fußball? Man setzt... Winter die Eile. Gebrutzelten Fußball schmeckt auch gut. Schmeckt. Schmeckt zwar ein bisschen nach Gummi, aber... ...sonst... ...nach Gummi und Leder schmeckt das. Da kann ich die jetzt nicht mehr... ...winter die Eile erreicht, Level 20. ...winter die Eile erreicht, Level 20. Ui, du musst aber rausgegeben werden, die Kuh. Ja. Mit dem Fußball kann man ja auch nicht großartig was reißen. Ich bin voller Schrumm und Elan. Und meine Bogen und nicht minder. Du bist voller Elan? Kuff dir mal WLAN. Halt mir Mühe. Langsam wird mir Mühe. Ein Sahnenland. Ich weiß ja nicht. Geht das? Nö. Ne, ist ja fassbar. Oh, es geht besser. Das kann man machen. Und 358 EP. Camper Ronald. Mein Pokémon hat ausgeschwungen. Was? Ausgeschwungen? Hä, was? Jetzt ist das gerade auch eine Schaukel oder so, oder was? Ich will jetzt gar nicht. Ich weiß, ich könnte hier auch mal einen Detektor rausholen. Ne, das hört sich falsch an. Ich könnte hier mit dem Detektor arbeiten, aber... Ich habe doch auch ein Glas, ne? Ah, das ist so stark. Ich bin stark. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Doch, das tut's du. Wenn ich dir dein Herz aus der Borusts reiße. Und es aufesse. Wenn ich's gebraten habe. Gebraten und paniert. Lecker. Ich bräuchte unbedingt mal ein Feuer-Pokémon, wenn's ehrlich. Aber er kriegt man ja, glaube ich, auch später, ne? Ich weiß das gar nicht. Ja, ist nicht sehr effektiv. Aber wenn's zurückschreckt. Warum nicht? Jo, genau. So muss das laufen. Spezialangewürfung. Den wirst du gar nicht mehr brauchen, weil du gleich tot bist. Tschüss. Ne? So. Spieler besiegt Camper Cow. Heul-Schnurz. Ronis gewinnt 288. Oh. Oh, das sind wir auch. Machst du einen Fick, Nick? Da musst du einfach vor Freude laut singen. Was? Komm, wir singen zusammen. Nein. Fragst du mir auch mal im Umwelt-Erlaubnis, ob ich singen möchte? Das geht. Dafür gibt's gleich ein gebratenes Schwalbini. Mh. Und ja, ich hab immer noch immer. Mh. Gebratenes Schwalbini. Lecker. Schön paniert. Mit Ei und so. Mh. Gebratenes Schwalbini. Das. Ja. Mh. Schockwelle. Mh. Gebratenes Schwalbini. Lecker. Gebratenes Schwalbini. Weg ist es. Lombrero. Uuuuuh. Ja, dann muss ich wechseln. Das ich noch mal einen Kleinstein habe, als, ähm, naja, als Teammitglied, das, äh, hätte ich nie, äh, hätte ich nie für möglich gehalten, einfach. Intensität A8. Was? Warum? Zur Pflanze. Na gut, im Steinwurf. Was soll's. Alter, mach doch nur fertig da jetzt. Stirb. 513 die Wege. Spieler besiegt, fickt der Kasachke, äh, 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 äh. Spieler besiegt, fickt Nicker, Nathalie. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Bis. Ich kann ja auch singen, im Gegensatz zu dir. Ist wirklich so. Ohne Scheiß. Oh, mein nächstes Teammitglied. Yay, geil. Ein Kamau. Ein Feuer-Pokémon. Das ist super. Hoffentlich krieg ich das. Ein Tackle. Ein Tackle noch und dann kann ich's fangen. Boah, knapp. Alter. Mein Bro ist schon warm genug, da brauchst du ihn noch nachfeuern. Der kann... Das Kamau, wie kann ich jetzt denn sagen. Du bist gefeuert! Weißt du? Das Kamau, wie kann ich's machen? Ja, das ist immer Pokéball. Yay! Kamau wurde gefangen. Ja, wenn ich den nenne, keine Ahnung. Da soll er auch ein Teammitglied werden. Ich weiß es nicht. Ich lasse ihn erstmal so. Das werde ich gerade mal... ...kurz holen. Bis dahin.